Was ist die Scheiße, was soll das denn halt? Was ist verreckt? Alter, wie lang geht das denn? Ach, Digga! Herzinfarkt! 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 Oh! Oh! Mach doch schneller! Ok, tot! Ja! Safe! Luca... Was ist ein Bild? Du weißt, was solltest du? Du weißt, was nicht möglich? Das ist hecht auf mich. Du weißt, was wir müssen, was wir? Was ist das? Ich habe hier die Grafik geschützt, gerade? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Ich hab das verkackte Messer, wo krieg ich das her? Ich muss den Tempel finden, nachdem ich den Tempel finden. Ich muss den Tempel finden, nachdem ich den Tempel finden. Jonah, ich bin da, in einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich geh rauf zur Spitze. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Die Glockenplattform hängt fest. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Bis zum nächsten Mal.